Das Holster, das geschnitzt werden muss, kommt zu mir. Ich schnitze. Ich will mir einen Bogen machen. Also. Geh mal hier weg. Hier ist mal ein Revier zu schnitzen. So ein bisschen anderes zu tun. Guck mal, ich bin nicht. Aber hier war ich. Als erstes. Sonst hier ist mein Kabel. Kannst du mir dein Messer schon angeben? Nein, warum nicht? Kannst du selber doch auch so eins zu Weihnachten wünschen? Aber ich brauch jetzt eins. Nächstes Jahr ist wieder so ein Wandertag. Und es brauch aber jetzt trotzdem noch so eins. Du möchtest auch mal einen sehen, der für's meins ist. Sehr witzig. Hey, Jonathan, wenn du mir erzählst, du willst mir helfen und dann kommst du nicht hin. Das blendet mir ja nicht auf.